Ich bin gerade aufgestanden und es war so warm. Und da war ich dann so, ja du kannst ja ins Meer gehen. Und es war halt so ein schönes Erlebnis. Es ist einfach nie, wir sind einfach allein und es ist so weit frei. Wir haben jetzt einen kurzen Spaziergang am Strand gemacht. Und jetzt werden wir zusammen backen, weil nämlich für heute Nachmittag Regen angesagt ist. Und wir wollen den Weg hinauffahren ohne Regen möglichst. Und ich möchte nicht künstlich Spannung erzeugen, aber ich bin mir echt nicht sicher, ob wir da wieder so easy ohne Probleme hochkommen. Wir werden es sehen und die allernötigste Notlösung ist ja immer noch auf dem Strand zurückzufahren. Also laut Karten gibt es hier ein Haus und wir haben es aber noch nicht gesehen. Und es ist da nicht mal in die Nähe gegangen, aber da gibt es lauter große Spinnen mit Netzen. Diese hier zum Beispiel. Und jetzt bevor wir fahren, werden wir da noch hinschauen zum Haus. Liebe Spinne, wie wirst du bald ein neues Netz bauen? Alles Gute. Aber weißt du, sie rächen sich die Spinnen. Nein, das war Blödsinn. Schau, sie sitzt ganz da. Oh, wie werde ich jetzt mein neues bauen? Oh mein Gott. Mega cool. Wow. Vielleicht war das der, der da gewohnt hat. 2016. Sogar eine Leiter auf den Dachboden hinauf. Und sonst Alufoliegeräte. Schnaps. Und da ist ein echt tiefes Loch. Tief. Nicht so tief. Aber trotzdem. Was ist das? Kno oder? Wohnen. Wohnen ist zu seicht. Ich glaube, wir haben es noch nicht oft genug gesagt, wie schön sie war. Ja, es ist unglaublich schön. Wir sind jetzt drei Nächte da gewesen. Und also, dass man sowas einfach findet. Das ist so ein Glück. Und es ist wunderschön. So, wir wollen jetzt wieder da hinunter. Und dann da wieder rauf. Das ist so steil. Jetzt ein bisschen mehr rüber lenken. Und jetzt Gas, Gas, Gas. So, das war der erste Versuch. Wir probieren jetzt mal mit dem zweiten Gang wieder ein bisschen mehr Sprung. Ah, was siehst du jetzt, wieso ich das nicht bei Regen fahren wollte? Ja, ja, ja. Ja, ja. Weil unser Tiffloch will nicht mehr rein. Also es ist nicht ganz so leicht. Aber es hat eben wieder so geruckelt. Aber ich wusste, wenn ich jetzt noch ein bisschen am Gas werde, dann bin ich drüber. Und dann war's. Und das war super. Das war die Feuerstelle, die wir beim Runterfahren gezeigt haben. Und das ist neu. Das sind ein paar Zelte. Und der Sand. Und der Sand. Der Sand. Der Sand. Auf jeden Fall wollte ich einfach nur sagen, dass es wieder gezeigt hat, dass der Defender gerade am oberen Ende von der Größen Skala ist, wo man quasi wirklich nicht so noch überall sich durchschlupfen kann. Weil eben es gibt sicher Fahrzeuge, die dieselbe Kraxel-Eigenschaften, Bodenfreiheit, Verschränkung wie der Defender hätten, aber die sind dann eben schon so hoch. Ich meine, wir sind mit 2,50m echt schon am oberen Limit jetzt gewesen. Und so normale Pickups mit diesen flachen Wohnkabinen, da wissen wir jetzt, die sind 2,20m hoch, das geht noch. Aber alles, was eben eine feste Wohnkabine ist oder ein Sprinter, doch sehr einschränkend von der Höhe geht. Ja, bei solchen Wegen halt, ja. Ja, aber solche Wege findest du zu 90% in Europa. Das möchte ich nur mal loswerden. Weil das war jetzt ein super Offroad-Fahren, ein super Schlafplatz. Ja, wieso wir auch so frühzeitig eben zur Sicherheit von dem schönen Stellplatz weggefahren sind, war einfach, dass wir dachten, dass wir keinen Diff-Lock haben, weil es eben nicht das Licht aufleuchtet. Entweder das funktioniert nicht oder es kann eben sein, dass das Licht einfach nicht funktioniert, dass der Kontakt unten einfach nicht funktioniert. Jetzt haben wir das linke Vorderrad aufgebockt und da sieht man eben ganz schön, was das Diff-Lock macht. Also drei Räder haben Bodenkontakt und ein einziges Rad dreht quasi durch. Und da sieht man, hier würde jetzt vom Motor die ganze Kraft auf das Rad gehen. Und eben dadurch, dass es keinen Bodenkontakt hat, würde sich das Auto keine Meter vorwärts bewegen. Und jetzt eben kann ich das Diff-Lock einschalten. Genau, jetzt ist eben das eine quasi fest. Das heißt, das Drehmoment kann nicht mehr zur Gänze über dieses Rad verloren gehen und der Wagen hätte keinen Vortrieb mehr, sondern das Drehmoment geht hier nur zur Hälfte verloren und ist eben zur Hälfte noch auf der Hinterachse verfügbar. Das heißt, wenn jetzt hinten auch noch ein Rad durchdrehen würde, genau, das können wir gleich ausprobieren. Eigentlich sollte es ja so funktionieren, wenn man es richtig verstanden hat. Ja, genau, jetzt drehe ich das hintere mit. Ist das cool. Dann würde ich jetzt die Mitteldifferenzial-Sperre rausnehmen, dann dreht sich hier wieder nur das Vorderrad. Ja. Genau, und das geht eben, egal welche Reifen auf den Achsen, das verteilt eben nur von der Mitte verteilt es eben 50% nach vorn und 50% nach hinten. Ja, weitere Sperren haben wir nicht. Genau. Außerdem haben wir heute in einem Hotel in Plovtiv angerufen und werden dort in ein paar Tagen dann die gute Sicherung, die wir aus dem Internet bestellt haben, entgegennehmen und können sie dann umtauschen. Ja, weil jetzt wissen wir, dass das Tiflok funktioniert, aber das Kontrolllampe funktioniert immer noch nicht. Außer wenn man diesen Schalter hier kurz schließt. Das heißt, es liegt an diesem Sensor, der entweder eben verdreckt oder kaputt ist. Das ist recht blüht, um den auszubauen. Ich würde in Istanbul schon schauen, ob wir das Teil bekommen. Wenn wir es bekommen, dann können wir es irgendwann mal machen. Es wäre halt wichtig zu wissen, wenn das Tiflok an ist, weil dann darf man eben auf griffigem Untergrund keine Kurven fahren, sonst kann man was kaputt machen. Und das Problem ist eben, dass es oft, wenn man es von an auf aus schiebt, dass es dann nicht gleich aus ist, sondern dass man dann noch ein paar Mal hin und her fahren muss normalerweise, bis es ausgeht. Every time I'm in Croatia, you're talking about me. Also, wir haben hier zum Campingplatz vorbeigeschaut, weil wir immer so gerne Campingplatzrunden machen. Und dann haben wir einen Sprinter gesehen mit kalifornischem Kennzeichen. Das war so, hä, cool. Und dann war hinten zur Seite der Link drauf. Und dann haben wir nachgeschaut und sie machen auch Podcasts und Videos. Und jetzt haben wir ganz viel geplaudert, weil sie sind schon seit 10 Jahren jetzt unterwegs. Und sie reisen halt einfach zu zweit mit drei Kindern, also insgesamt zu fünf. Zuerst waren sie mit einem Wohnwagen, mit einem Airstream unterwegs. Und dann... Mit allen möglichen Fahrten. Genau, da sind die Kinder halt langsam mehr geworden. Und jetzt eben für Europa extra haben sie sich eben den Sprinter gekauft, weil halt die ganzen amerikanischen Camperwände halt so riesig sind. Wir waren jetzt noch einen ganzen Tag an dem Teil vom Strand, der eben auch mit einer befestigten Straße zu erreichen ist, und wo sie die Hotels gebaut haben. Wir haben gestern super Abend gegessen. Und in der Nacht jetzt auf den 1. Juni hat sich alles ganz geändert. Also es sind jetzt Sonnenschirme da, Strandliegen, die man mieten kann. Und einfach viel mehr Leute auch. Also dieser Vaya Beach hier ist echt empfehlenswert. Also ich weiß nicht, wie touristisch das im Sommer werden wird. Aber sonst würde ich dort wirklich jederzeit wieder herkommen. Strand ist uhrschön, Mitarbeiter sind freundlich. Voll super. Auf niedrigeren Gang umschalten. Gang zwar kleingeschrieben, aber das würde man trotzdem nicht vermuten. In Bulgarien, wo alles kyrilisch angeschrieben ist, das darf es heute steht. Diese große Bucht, das ist der Sonnenstrand, der berühmte Ferienort, dieser Ballermann von Bulgarien. Es hat schon echt lang nicht mehr geregnet und dafür jetzt ganz heftig. Die zwei, die sich da jetzt abschleppen, die verwenden Sicherheitsgurte aus dem Auto. Einfach aneinander geknotet, damit sie lang genug sind als Abschleppseil. Wir sind jetzt in Kazanlak und da beginnt das Rosenthal und Kazanlak ist sozusagen die Hauptstadt der Rose hier. Da dreht sich alles um die Rosen. Und überall sind Rosen gepflanzt, es gibt Rosenmuseum. Wir wollen jetzt noch einkaufen und jetzt werden wir da am Parkplatz noch essen und dann werden wir auf einen Berg hinauffahren, von dem aus wir einen schönen Ausblick haben werden. Ja, also das mit der Sicherung, wir haben es eigentlich sogar verschlechtert, komischerweise. Der Kontakt kann ja nicht weniger werden durch das Lötzind, von der Idee her. Aber vielleicht ist die Wärmeentwicklung höher, ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall können wir jetzt immer 20 Minuten laden und dann müssen wir es wahrscheinlich so 7 bis 10 Stunden auskühlen lassen. Und dann können wir da 20 Minuten laden, aber wir haben eh nicht so einen hohen Stromverbrauch. Ja, und vor allem sind wir in zwei Tagen im Blofte. Richtig. Und dort haben wir eine andere, bessere Sicherung hinbestellt. Das sieht übrigens mega giftig aus, aber es ist nur roter Traubensaft in einer schwarzen Tasse. Wir hatten gerade eine Vignettenkontrolle, also es zahlt sich aus, die E-Vignette zu kaufen in Bulgarien. Und der war voll nett. Da oben fahren wir hinauf, das ist ein Denkmal und es gibt auch eine schöne Aussicht. Das ist echt ein großes Monument. Es gibt zum Gipfel auch eine asphaltierte Straße, aber wir haben uns entschlossen, die abenteuerliche Route zu nehmen und sozusagen von hinten auf den Berg zu kommen. Und es ist im Wald so viel kälter und dünker als draußen. Ja, ja, ja. Das ist so interessant. Es ist so dunkel im Wald. Es ist wie in einer Waschstraße. Also das Stück da vorne ist eigentlich ziemlich cool zum Fahren. Aber vorne geht es dann nicht weiter, weil es noch eine tiefe Auswaschung ist. Das heißt, wir werden einfach umdrehen und... Wir suchen ja aktuell noch gar keinen Schlafplatz, sondern wir wollen gleich nur mal andersrum fahren. Und es hat Spaß gemacht. Ja. Jetzt ist es hier gerade neblig unter Anführungszeichen, aber wir sind einfach so hoch, dass wir schon in den Wolken sind. Wir sind gerade Karte schon ganz knapp davor und es ist ja ein ganz großes Gebäude. Wir sehen nur den Schornstein. Oh, jetzt wird es gerade mehr. Aber wir sind so knapp davor. Aber es ist einfach so nebelig. An einem klaren Tag kann man bis nach Griechenland und bis nach Rumänien sehen. Wir haben eingekauft für Palatschinken. Oder wie 70% unserer Zuseher sagen Pfannkuchen. Seht man es schon? Es ist gar nicht mehr nebelig. Palatschinken! Wir haben jetzt auch einen Schneebesen, weil wir konnten früher nie Palatschinken machen, weil die Karin hat es immer so mit der Gabel vermischt. Für sie passt das halt, aber für mich muss es halt perfekt gemischt sein. Und ja, jetzt können wir jetzt alles schön cremig rühren. Eins der Luxusgegenstände, die ich ins Dschungelcamp mitnehme. Ich habe es nicht immer leicht. Ich habe es nicht immer cremig. Jetzt stimmt. Mega gut. Mit Mozzarella ist es ein Traum. Die Karin, die ich machen durfte, weitergehen. Immer den ersten Schritt gehen. Früher wurde in dieses Gebäude ziemlich oft eingebrochen sozusagen. Weil ganz früher konnte man eben rein. Und dann haben sie es versperrt. Und ja, es gibt halt trotzdem Leute, die hinein wollten. Und jetzt gibt es auf jeden Fall zwei Security, die gerade bei uns an der Gefahrt haben, ob wir da übernachten wollen. Und waren zuerst nicht so begeistert. Dann haben wir ein bisschen gesprochen und dann war es okay. Wunderbar, eigentlich ganz nett. Du siehst dir gerade die Skiunterwäsche an, oder? Ja, weil es so kalt ist jetzt draußen. Ja. Erstaunlich. Es ist schon Anfang Juni, aber es ist wirklich kalt. Aber ich kann hier stehen. Wir haben auch Stehhöhe im Auto. Es geht zwar leider die ganze Zeit ein kalter, beständiger Wind, aber es ist so schön, wie weit man es hier. Und diese funkelnden Lichter im Tal. So schön. Und dann, wenn man so die Berge anschaut und sie so in verschiedensten Ebenen hintereinander erscheinen. Und immer eine Nuance dünkler als der vorige. Das ist so schön. Boah, das hat sich echt ausgezahlt, dass wir da hier oben noch geblieben sind. Was ist der Plan? Wir nehmen jetzt das Überzelt ab, damit es nicht so laut ist beim Wind. Und wir werden die Heizung einschalten. Und wir haben das jetzt modifiziert, sodass wir so Clips haben. Jetzt können wir ganz leicht das Überzelt abnehmen und wieder drauf geben. Wir sehen uns bloß. Vielen Dank.